Wir begrüßen Sie im Salon Ästhetik in Haareslee. Lassen Sie sich in freundlicher Atmosphäre ausgiebig verwöhnen. Wir kreieren aus Ihrem Haar etwas Besonderes, ob klassisch oder modern. Wir finden für Damen, Herren und Kinder den perfekten Look. Ihren Aufenthalt bei uns gestalten wir Ihnen so angenehm wie möglich und geben Ihnen mit unserem individuellen Service die Möglichkeit zu entspannen. Wir verstehen unser Handwerk und frisieren Ihre Haare mit viel Fingerspitzengefühl. Jeder noch so kleine Schnitt wird zu einer eigenen Wissenschaft. Für Sie entwickeln wir uns immer weiter, schulen uns, experimentieren. So können wir Ihnen jederzeit beste Beratung und die aktuellsten Trends anbieten. Ihr Haar ist bei uns in den besten Händen. Vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.